Geht mein Ding jetzt? Ey Internet und Youtube! Wir spielen Ender Games mit dem Kiescho! Hallo! Kiescho, und da Lukata! Hallo! Ach, ich bin schon dran gewesen. Wisst ihr Leute, bei Quantum weiß man nie, ja? Auf einmal geht's los. Auf los geht's los. Los! Geht ihr zur Mitte wieder? Ich geh zur Mitte. Ich geh runter. Ich geh runter. Ich hab nix bekommen. Ich hab Gold bekommen. Ich hab nen Bogen bekommen und sonst lags, ey. Was? Legs. Hast du die Legs nicht? Ja, ich hab nur Legs, wenn ich sterbe. Shit. Oh Gott, oh Gott. Habt ihr irgendwas Gutes bekommen? Ich hab gar nichts noch. Ich hab alles. Du bist direkt runtergesprungen, Quantum und hast keine Kiste gesehen? Nee, nee, nee. Weit und breit keine Kiste jetzt. Ich bin viel zu konzentriert für dieses Spiel. So. Ah, hier sind Kisten, hier sind Kisten, hier sind Kisten. Softbaby, drei Diamanten. Zwei. So sieht's nämlich aus. Oh, jetzt ist die Kiste weggeportet. Okay, ist vorbei. Okay, ist jetzt wirklich vorbei. Ich muss wenigstens noch Holz hacken. Ich brauch schon 30 Sekunden fürs Bauen. Per Kiste. Super, vier Gold wieder gefunden. Ich flieh jetzt in die Wälder. Ich hab nichts hier, aber gar nichts. Ist eigentlich immer ganz gut, wenn man nichts hat. Ja, sehr gut. Am besten finde ich. Ja, was ist das für eine komische Strategie? Das ist wirklich so. Am Anfang mach ich einfach nichts und warte bis was kommt. Zack, zwei Diamanten, zwei Eisen gefunden. Zwei Diamanten wär schon der Hammer. Oh nein, hinter mir ist schon einer mit Diamantenschwert und ich bin raus. Ey, der hat einen Eisenhelm, Eisenschuhe, Diamantenschwert. Tschüss. Oh man. Talo, wie sieht's bei dir aus? Ähm, nichts. Und ich find auch nichts. Es ist nichts hier in der Gegend. Ich hab... Oh, oh, oh. Und da hab ich ne Kiste gesehen, die hat sich dann direkt weggebohrt. Mann. Ne, nein, nein, nein. Und ich hab noch einer? Eine Kuh, ist gut, ne Kuh. Ein Eisen, nein. Oh nein, da kommt jemand mit Goldrüstung her. Au! Ah! Ah, ha! Achso, Ende der Mälde. Ha! Okay. Alles klar. Der. Okay, ich wurde hier weggeportet. Unten ist einer. Oh, hier ist jemand gestorben. Danke für die Sachen. War das Kies? Dann hast du zwei Dears. Ich darf jetzt nicht mehr reden, das wäre sonst unfair. Was soll ich noch machen? Ich hätte zwei Eisen, zwei Dias, aber hinter mir stand einer mit der vollen Montur. Die volle Montur? Ja, der hatte schon Eisenhose, Eisenhelm und Diamantenschwert. Nein, Diaschwert und jetzt haut er mich tot, oder? Ich habe gegen einen mit Diaschwert gewonnen. Ja, ist klar. Und welche Hacks benutzt du so privat? Er hatte keine Chance. Shit, was habe ich denn jetzt? Ich bin wieder im Rennen jetzt. Ich habe nur einen Helm, ich habe sonst gar nichts, das ist nicht sexy. Oh, da ist schon einer voll ausgerüstet. Ach, Kies lügt, der will uns nur Angst machen. Ja, der will uns nur Angst machen. Nein, jetzt wird nicht. Was haben wir hier? Oh, der ist auch voll ausgerüstet. Ja, ist ja gut jetzt. Ja, sind alle voll. Boah, der hier. Der ist ja noch besser ausgerüstet. Das habe ich ja noch nie gesehen. Obsidianrüstung. Opti 34. Ihr werdet euch alle besiegen. Nee, nee. Warum sind die leer, alle die Kisten? Was soll denn das? Okay, jetzt einfach mal ohne Shit. Der eine, der mich gekillt hat, hat schon jetzt Diamantenschuhe an und eine Brustplatte aus Eisen. Der wird euch alle zerlegen. Und sein Schwert ist schon verzaubert. Ist vorbei. Er kommt mit Magic hier. Warum kann ich kommen hier? Das ist was für Kinder. Kämpfen wie Männer. Er hat Fisch. Er hat Fisch. Ist vorbei. Gar nicht mehr so viele Leute im Rennen. Ihr geht auf die Kühe los. Es ist vorbei. Nein, liegt die Kühe. Oh, da hinten. Wer ist da? Lukas. Es ruckelt ein bisschen. Es ruckelt extrem. Das sind Endergames. Das gehört mit dazu. Ich weiß nicht, es ruckelt gar nichts, ja? Ich finde, im Kampf ruckelt es schon. Natürlich, der eine hier wurde hin und her geportet. Quantum, was hast du so? Bist du equippt? Ich habe einen Helm und Schuhe. Jawohl, ich habe Helm und Hose. Oh, shit, da ist er noch. Er wird gewinnen. Baby. Quantum hat gewonnen. Quantum ist der Awesome. No! Oder war noch einer? No! Ich habe ja gesagt, ihr wird euch alle zerlegen. Der ist der, der so richtig, richtig gut ausgerüstet ist. Ich habe einen gezählt, aber der war noch. Nein, er braucht es nicht. Nee, er braucht es nicht. Er spottet über deinen Helm. Er spottet. No! Er ging zwei. Das ist unfair. Guck mal, hier liegt ja wirklich einiges Gutes. Hier liegen vier Helme. Brustplatte, alles. Also, ihr könnt sich voll bedienen. Aber leider nicht zu den Leichen. Dalu, das würde ich nochmal... Ich sage Dalu, das würde ich nicht sagen. Was? Du hast ja gar nichts. Du hast ja gar nichts. Leichen geportet worden. In seiner Lederrüstung. Du bist sowas von tot. Du bist tot. Eigentlich wollen wir gleich in die Lobby. Also, es hat keinen Sinn. Also, Dalu, zögerst nicht hier künstlich raus. Es hat keinen Sinn. Ja, aber im nächsten Duell ist er tot. Ja, mach's gut. Hast du noch was zum Sagen, Dalu? Ich? Ja, ich werde gewinnen. Gewinnen werde ich. Ein Rettin. Drei Leute. Dalu, Achtung hinter dir. Mein Quatsch. Was? Er hat ihn gleich. Gleich hat er ihn. Ja, jetzt wurde die Kiste. Und drei. Zwo. Deswegen hat er seinen Namen nicht gerne. Er hat wahrscheinlich hier so Absprachen gemacht. Ist alles wieder gekauft. Ja. Wahnsinn. Hier, ich bin ein berühmter Mensch. Bitte nicht töten. Ist voll noch eine Workband. Dann ist alles gut. Genau, dann hast du ja schon mal. Du hast schon einen Helm. Sehr gut. Und Schuhe. Ja, aber die Platte ist das Wichtigste. Ich habe genug Eisen jetzt für eine Platte. Ja, aber warte noch. Du wirst gleich geportet. Eben. Ja gut, schauen wir mal bei den anderen rein. Ich wette, die sind besser ausgerüstet. Das glaube ich leider auch. Ähm, aber... Oh ja, Mann. Oh mein Gott. Also das ist Terminator-mäßig. Boah, der Aubert ist übelst, der Terminator. Der hat eben gerade einen Schwein mit einem Schlag getötet. Nee. Ich glaube, der hat es nur angesehen. Ja, das ist der Gewinner. Wen haben wir noch? Das ist der Zweite. Und da nur Platz drei. Ist doch nicht schlecht, Alter. Ja, pass auf. Ich werde jetzt einen, werde ich jetzt ganz billig töten. Einen Kilo hole ich mir gratis. Na, das will ich sehen. Ich schalte mal rüber. Aha, da, Luca hat auf dem höchsten Berg... Er will springen. Er hat es eingesehen. Finde ich gut. Schaut, dass du es uns nicht warten lässt, ja. Guck mal, der hängt ja wirklich hier bei mir in der Luft. Bei dir auch? Ja. Was soll das sein? Eine Falle? Was will der jetzt machen? Dynamit irgendwie? Nee, nee. Erstmal hole ich mir jetzt meine Brustplatte. Ach, er macht so eine billige Falle. Äh, ist ja langweilig. Ich war die anderen. Achtung, Luca macht eine Falle. Jetzt bin ich schon mal komplett in Eisen. Ja, die anderen sind komplett ein Diamant. Ja, dann. Und das ist ja wenigstens fair. Ich kann sogar nichts schlagen, weil die glänzen so. Die Diamanten scheinen wirklich umhauen. Blödsich. Jetzt sind noch zwei Spieler. Jetzt werden wir gleich geportet. Er springt runter und dann haben wir das Ding. Guck mal, wie unfair. Weißt du, das ist so eine richtige Dalu-Card-Methode. Aber ich glaube, überlebt das Ganze leider. Vielleicht ist er nicht voll. Meine einzige Chance. Hast du irgendeinen Gegner gesehen in der Runde, Dalu? Ähm, doch, am Anfang wurde angegiftet. Wurde nicht. Ich wurde attackiert. Am Startpunkt, oder? Ich wurde gegangt, ja. So, wo bleibt er denn jetzt? Warte, dann machen wir es noch schöner wenigstens. Der ist nicht so dämlich. Auf den Trick fällt doch niemand mehr rein. Wenn du schnell genug bist und ich duckst, dann... Ist egal. Und? Oh mein. Ja, hat er jetzt geduckt. Ja. Mann, der weiß Bescheid. Ja, gut, der weiß Bescheid. Mach doch einfach auf. Ich gebe nicht auf. Ich suche ihn jetzt. Ich kann ja nicht weit weg sein. 110 Blöcke. In welche Richtung denn? Oh Mann, hat der gute Ausrüstung. Der ist nackt, oder so. Er will es auf dem Battle drauf ankommen lassen. Der Name ist bekannt. Ich glaube, der spielt schon seit... In seinen 10 Jahren ist der schon am Ender-Game spielen. Der war doch vor Kronkh irgendwie schon. Bei Minecraft, ne? Kennt man ja. Guck mal hier. Oh, der Duell. Oh, keine Chance. Keine Chance. Ne, hat er keine Chance. Starluck hat es... Im Bogen schießen absolute Niete. Oh mein Gott, warum geht er runter? Ich glaube es nicht. Ich frage doch, ihr spielt das, das kann dir keiner erzählen. Also wirklich. Er spielt darunter, wenn Darlokat schon fast tot ist und sagt, hey, wenn du willst, kannst du was tun. Schlag mir doch in den Rücken, wenn du möchtest. Er spielt das von Darlokat, ich habe es genau gesehen. Er hat in die Rücktasche hier eben gerade zugesteckt. So viel dazu, das war ja einfach. Ja, ey, das war so. Oh mein Gott, also. So ein linker... Aber ich habe das aufgenommen. Also ich werde das hochschlagen und ganz YouTube wird das dann bemerken hier. Also eine sehr schöne Runde. Ne, ich habe es nicht gesehen. Ihr habt es alle gesehen. Klassisches Ende. Wie lange hat das jetzt gedauert? Keine Ahnung. Hat Spaß gemacht. Ja, war echt eine Katastrophe. Ich sage danke fürs Zusehen. Danke, Kies und Schmieriger. Abteure. Cheater. Tschüss. 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 Tschüss.